Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars auf meinem Kanal. Heute mal wieder alleine und ohne Facecam. Ähm, ja. Nächstes Mal wird natürlich wieder die Facecam am Start sein, keine Sorge. Aber heute einfach mal ohne. Ähm, das Thema fürs heutige Video ist erstmal das Texture Pack, weil unendlich viele Leute nach dem Texture Pack erfahren haben. Äh, kann ich euch jetzt schon mal sagen, bevor die Fragen weiterhin aufkommen. Es ist ein privates Texture Pack und es wird erstmal nicht rauskommen. Es ist zum Teil gemixt, zum Teil selbst gepixelt. Und, ja. Falls es released wird, wird es dazu auf jeden Fall ein Video kommen. Also da keine Sorge. Aber ihr braucht erstmal nicht mehr nachfragen, welches Texture Pack ist. Es ist ein privates Texture Pack. Und wenn es released wird, das gucke ich noch bzw. entscheide ich halt noch. Wenn es überhaupt released wird, wird man ja dann sehen. So, wir holen das jetzt erst mit dem Gelb. Damit das Ganze hier... ...einen guten Start hat. Okay. Nein. Ich hatte keine Blöcke mehr. Ich dachte, ich hätte nur einen Blöcke. Oh Mann. Mies. Aber mein GLP-Mate, der wird das noch regeln. Der wird... ...der wird da durchrushen jetzt gleich und wird das Beton holen. Oh Mann. Es hilft auf jeden Fall schon mal Gold. Das ist schon mal etwas. Ich hab grad so Angst. Achso, da unten wird gefeiert. Okay. So, holen wir uns das rote Bett. Oder auch nicht. Es fragt mich gerade so dezent ab, dass mein Mate mir jedes Mal, wenn ich's borne, die ganze Scheiße klaut. Eieiei. Eieiei. Und auch zum Clan, ähm... Der Clan ist nicht mehr in der Bewerbungsphase. Das heißt, ihr braucht auch nicht fragen, ob ihr euch bewerben könnt oder nicht. Hey, wake up. Milo ist so ein Hund, ne? Ach, Mann, ey. Ja, dann geht er doch aufs Schwert. Das wird lustig. Okay, wir machen das Ganze gleich einfach auch mit Eisen. Und unser Mate hat das Eisen. Ich glaube es nicht. Ey, wie viel Pech kann ich haben? Wie viel Pech? Nein, Spaß. So. Auf Gelb sind wir schon einmal drauf gegangen. Da fehlt jetzt noch Grün. Probieren wir es mal bei Grün. Mal gucken, wie es bei Grün aussieht. Auf jeden Fall ein Gelber hinter mir. Wie schnell hat er bitte den Block abgebaut? Bruder. Bitte verreckt gegen den Grünen. Danke. Okay. Er hat ja nicht mal so Picke dabei. Was macht unser Mate, bitte? Ach, Mann. Bruder, ich will zu einem anderen Team gehen. Ganz ruhig. Hat der ernsthaft ein Eisenschwert? Nein. Nein. Das ganze Eis. Oh nein. Oh. Oh. Warum habe ich so ein Mate? Ich will jetzt erstmal den Grünen kill. Super. Wäre das auch geklärt. Äh. Rot und Gelb sind die ganze Zeit. Versuchen wir die Runde ohne Gold zu beenden. Aber wahrscheinlich wird mir das nicht gelingen, weil die beide Bogen haben werden. Wahrscheinlich auch noch Stärke oder so einen Scheiß. Was? Der Sprung war dumm. Der Sprung war so dumm. Oh nein. Wieso springe ich? Ich hätte das Bett gehabt. Ich hätte einfach nur wieder hinter mir zubauen müssen. Dann hätte ich das Bett gehabt. Okay. Immerhin ich weiß nicht, wie ich das Bett bekomme. Ich habe übrigens gemerkt, dass so, äh, hier und da manche Videos mal gut ankommen. Manche eher schlechter. Also ihr könnt ja mal schreiben, worauf ihr Bock habt. Weil ich habe ehrlich gesagt so gerade gar keinen Plan, worauf ihr Bock habt. So, mal kommt Bad Wars gut an, mal kommt Sky Wars gut an. Und den nächsten Tag kommt es doch nicht gut an. Äh, keine Ahnung. Deswegen, schreibt einfach mal rein, worauf ihr Bock hättet. Vielleicht lässt sich daher das ein oder andere umsetzen. Wäre zumindest sick, weil, ja, so würde ich euch halt auch, ich sag mal, das geben, worauf ihr Bock habt und Spaß habt. Oh, und wir haben eine Chance, Team Gelb zu bekommen. Oh, ist das belastend. Oh, ist das belastend. Oh, schade aber auch. Super, dann haben wir nur noch Team Rot. Und bei dem weiß ich auch, wie ich das Bett eigentlich holen könnte. Ob es jetzt umsetzbar ist, ist eine andere Sache. Beziehungsweise, ob es immer noch geht. Da oben ist auf jeden Fall auch der andere Gelbe. Ich weiß nicht, soll ich Bett gehen oder soll ich auf Kill? Ja, gut, der andere hat mich schon gesehen. Gut, der Kill ist schon mal weg. Ich hab das bei dem Block nicht platziert bekommen. Ich hasse mich. Oh mein Gott. Alter. Also, das ist, das ist mehr eine Runde, die ich alleine spiele, als alles andere. Ich mein, mein Bett ist gut einge-, äh, gut in Anführungsstrichen eingebaut, aber, mehr dann auch nicht. Nur, unsere Base kamen die auch noch nicht, von daher, ja, ne. Ah, taktische EC meinste. Was hat das denn gerade? Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen, der Block war, der war super geplaced, der war 1a spitzenmäßig. Eieiei. Jetzt nur noch die Kills, ich glaub dann haben wir alles gemacht. Ich glaub dann haben wir beide grünen Kills, beide gelben Kills, beide Betten. Nee, der eine ist ja gestorben, schade. Der eine bei Gelb ist ja gestorben, leider. Gut, denn der EC ist nichts drin. Nein! Danke. Super. Ey, die Gegner waren so scheiße und ich hab so lange dafür gebraucht, oh mein Gott. Ja, egal, ich hoffe, euch hat die Runde trotzdem gefallen. Wenn ja, lass mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und mein Kanal euch gefällt. weiterhin täglich Videos natürlich. Immer um 16 Uhr, falls ich es mal nicht schaffen sollte, werdet ihr eigentlich immer über Twitter oder Instagram informiert sein. Also folgt mir auch daran, alles in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und tschö. Mitte. Bis zum nächsten Mal und tschö. NDR 2 Vielen Dank.